Yeah! Alright! Yes! Das ist die Folge unten, da habe ich euch verlinkt und dann können wir rein. Turketen, Blitzstart für den Newcomer. Ja, war super, man hat den größten Fisch gleich auf dem Subnail gesehen. Ich dachte mir schon, vielleicht schau mir gar nicht das Video an, ich habe den größten Fisch gesehen. Manchmal ist vielleicht der Kleinste auch viel besser. Ja, also wie gesagt, ich habe es bei mir heute im Stream gesagt. Also mein Vorschlag ist einfach, sie sollen den Fisch zeigen, den Angler, und sollen halt den einfach schwarz machen. Einfach die Silhouette machen, den Fisch, wer fängt den größten Fisch? Und vielleicht sollte man nicht in einer Gruppe, wo es nur einen Newcomer gibt, so einen richtigen Newcomer, weil der, der, ich glaube, ich weiß gerade nicht, warte, wie sagt es dir? Christopher? Christopher Jung, der hat ja schon mal bei Pixi geangelt, ganz früher mal. Das heißt, das ist auch kein Newcomer, das heißt, du wusstest, okay, das kann nur Sami sein. Und der Sami war auch im Titelbild auch drauf, aber du hast dir gesagt so, yay. Yay! Und dieser Kollege fand das alles gar nicht gut. Das ist ja durch die Decke gegangen. Ich habe mir auch ein paar Leute angeschrieben, in den Kommentaren war es wie, ja, es gibt Trachtmann, wirklich, es waren Leute sehr bestürzt, glaube ich, dass es den wirklich gibt. Vor allem, es gibt doch, warum gibt es verfickte Actionfiguren vom Trachtmann, Alter? Gibt es, es gab sogar ein Crowdfunding damals um den Saupreis, das ist so ein riesengroßes Schwein, um den zu crowdfunden. Ja, okay, dann. Jetzt habe ich auch die Angelkäppi an, alles, alles, alles. Da setzt du mal lieber die Maki-Lewis-Cappy auf, oder was? Ja, meine große Hoffnung heute. Weil es so gut gelaufen ist. Der Lewis, wir sind ja im Spoiler-Teil, also nein, er nicht. Aber er war zumindest entschneidert, wenigstens das hat funktioniert. Ja! Was ich gut fand, war halt, dass er sein Mindset ist. Also letztes Jahr war er viel schneller gebrochen, wenn irgendwas nicht funktioniert hat. Da hatte ich das Gefühl, das Einzige, was brechen kann, ist der Kescher. Ich bin wirklich... Mit seinem 4-Meter-Rubzug. Dieser Kescher, 4-Meter-Kescher auf einer 1-Meter-Buhle, Alter. Landje! Er hat doch einfach das in den Wasser werfen, können wir wahrscheinlich auch einen Fisch drangehangen, ja? Weil es der Zander hier am Ufer ist, dann bam, Junge! Oh, nicht mehr den! Nee, aber ich hatte schon irgendwie zwischenzeitlich das Gefühl, dass er schon wieder gebrochen war. Nachdem er in der 1,5 Stunden keine Zander gefangen hat. Wir sind schon mitten, tief im Deep Talk drinne, Leute. Als er dann meinte, oh, Uferangeln, ich liebe es. So, weißt du, dieser Spruch. Und ich dachte mir so, krass, Digga, das ist jetzt genau das gleiche Gefühl hatte ich im letzten YPC von ihm. Und dann meinte ich mir so, Digga, wenn du keinen Bock auf Uferangeln hast, oder wenn du nicht der Uferangler bist, dann bleib doch einfach weg. So, weißt du, dann mach doch einfach nicht mit. Klar, es ist Werbung und so, aber was ist das für eine Werbung, wenn du so eine Mentalität ausstrahlst, weißt du? Da ist mir lieber ein wütender Enrico mit Ehrgeiz, anstatt ein gebrochener Big L mit Motivationsproblemen, weißt du? Ja, aber ich habe eben das Gefühl, ich habe ja viele Videos von ihm gesehen und bin schon der Meinung, dass er positiv ist. Big L, also Louis, wirkt mir irgendwie mega euphorisiert. Der ist immer eher jemand, der ein bisschen kühler ist. Außer er hat sein PB-Hecht gefangen, ist da rumgerannt auf seinem Schiff wie ein Irrer. Aber sonst ist er ähnlich wie Dustin und Dustin und er gleichen sich, finde ich. Die freuen sich erst, wenn es wirklich außergewöhnlich große Fische gibt. Also Dustin ist auch immer schnell dabei zu sagen, oh, ist ein kleiner und wirft den 80er-Hecht wieder zurück. Also das ist auch, glaube ich, immer, ich weiß halt nicht, ob die einfach schon zu viele krasse Fische gefangen haben. Also mir ging es ja heute auch im YPC so. Es hat nicht mehr so gehypt wie vor dem Jahr, wenn so ein 80er-Hecht kommt. Es ist schön und so, aber wenn du halt YPC-Boat gewöhnt bist, wo die gefühlt alle Meter rausgezogen haben. Und ich glaube, da ist das Problem. Wird man anders, wenn man Bootsbesitzer ist? Ich glaube, ja. Ich kann es mir gut vorstellen. Also du musst ja nur die Bilder angucken vom YPC-Boat, wenn du dir durch den Kopf gehen lässt, dass die da für Fische rausgezogen haben. Auch was für Zander, dann kommen die mit so einer 50er-Fritte. Natürlich kommt das komisch. Und ich glaube, wir sind auch Teil des Problems, wenn du die Angel-Videos anguckst, ist doch auch 90 Prozent. Also erst mal drei Meter lange Hände und ein ganz kleines Objektiv. Kennst du eigentlich Fishing-Hands, Alter? Diese kleinen Hände. Nein. Ja, google mal bei Amazon so Fishing-Hands. Oder wenn du so einen kleinen 20er-Barsch fängst, dann kannst du dir so Fishing-Hands legen und dann auf Weitwinkel, dann kannst du dir so eine Kamera halten. Und du siehst, als hättest du einen 50er gefangen, weil die Hände so klein sind, Alter. Ja, aber das habe ich schon ein bisschen das Problem. Also ich merke es bei mir selber, ich wertschätze die Fische jetzt nicht mehr so. Aber guck mal, du gehst nicht mal selber ins Wasser. Du hast nicht mal einen Zander in deinem Leben gefangen, Alter. Ich habe einen gefangen, Alter. Einen Barsch hast du noch gefangen. Einen 49er. Der größte. Hast du einen Barsch gefangen? Barsch habe ich noch nicht. Hecht habe ich gefangen auf 55er. Siehst du, guck dir das mal an, Alter. Und du, nur vom Gucken, sagst du jetzt, du weißt es nicht mehr zu schätzen. Das ist ja wild, Alter. Aber es ist für mich so. Ich finde es sehr gut, dass du ehrlich bist. Ich finde es sehr gut, dass du ehrlich bist. Das für mich, also ich finde, ich habe diese Emotion nicht. Also ich bin immer noch gehypt, wenn da ein 55er Zander rauskommt, weil ich einfach mal... Wenn ich denselbe angele, natürlich. Also da freue ich mich über jeden kleinen Fisch bei meiner Farnstadt. Also auch die, die ich sehe. Also ich freue mich immer. Beim Sehen ehrlich gesagt nicht mehr so. Beim Sehen merke ich, dass ich komplett abgestumpft bin. Das liegt vielleicht auch an diesem Reaction-Game, dass ich wirklich jedes Turnier reacted habe und intensiv geguckt habe und nicht einfach nur so vorbeigebinde Watch gemacht habe. Aber gefühlt ist das VPC Bank zwar das krasseste Turnier, aber bei den Fischen musst du schon nachdenken. Und ich merke, ich erwische mich immer selber wieder im Stream, wenn ich darauf regekomme. Ja, das ist ein guter Fisch. Ja. Boah, ein 84er. Ja, nicht schlecht. Krass, krasse Größe für Ufer, Alter. Auf jeden Fall. Richtig krasse Größe. Ja, aber wie gesagt, deswegen Big L, ich verstehe es so ein bisschen. Mir tut er halt immer leid, weil er, und ich bin immer noch der Meinung, und deswegen wundert mich das, weil wir wissen ja von den Eule-Videos von Zack, dass sie jemanden mitnehmen dürfen. Ich weiß gar nicht, ob das vorher so groß geleakt war oder so. Eule hat es ja in dem Video erzählt. Das heißt aber doch, wenn du jemanden dabei hast, dann nimmst du doch jemanden dabei, der mit den Pompoms dasteht und cheerleadet den ganzen Tag. Der dich pusht, auf jeden Fall. Der dir die Schokoriegel im Mund steckt und sagt, komm, du brauchst ein bisschen Zucker, du kriegst schlechte Laune, Tim. Also ich bräuchte jemanden, meine Frau wird da mitkommen, die würde den ganzen Tag nichts anderes machen, als mir Schokoriegel reinzuschieben, dass ich eine gute Laune hätte. Bestes Beispiel ist ja doch Jan Pusch, der hatte doch Dings mit dabei gehabt. Genau. Wie heißt der? Nee, der war, fuck, wie heißt der, wie hieß er nochmal? Aber irgendwas mit S, nicht Sami. Ich weiß schon, irgendwie anders. Verdammt. Auch von Spro, glaube ich. Ja, auch von Spro. Auf jeden Fall, die haben dich ja gegenseitig immer richtig gepusht, Alter. Und das brauchst du. Das wollte ich auch für Enrico, glaube ich. Wo er letztes Jahr so ausgetickt ist beim Barsch. Ich finde immer, da brauchst du jemanden, der dich gut kennt, der dich runterbringt. Und du hast es auch auf dem Boot gemerkt, wie oft Daniel kurz davor war, seinen Tackle auseinander zu werfen oder aus dem Boot zu werfen. Ja. Und der Enrico, ruhig, ruhig, calm down, calm down, ja. Das braucht ein Daniel, das wirst du auch wieder bei YPC Bank sehen. Der wird wieder in irgendwelchen Büschen rumkriegen und Prototyp-Köhler rausholen. Da freue ich mich jetzt schon drauf, Alter. Das wird wieder witzig, Alter. Ja, apropos YPC Vote, mal so off-topic. Trainingscontent ist gestartet auf den Instagram-Accounts. Trainingscontent? Ja, heute zum Beispiel bei Enrico hat ein bisschen Hashtag YPC Vote gepostet. Ach so, ja, stimmt. Ja, den kann der auch. Louis und Juliur arbeiten ja auch zusammen. Ja. Und ich glaube, da habe ich Enrico auch mit, ich glaube, er wird mit Sami fischen. Macht Sinn, ich war heute verwirrt, weil ich gesagt habe, so, wieso, wieso angelt der mit einer Rotfahre und wieso, wieso, wieso hat er wieder einen Purchtet? Der ist, der französische Kanal von LMAB macht er zusammen mit Juliur, glaube ich, bin ich noch richtig vermittelt. Genau. Oder ist ein super sympathischer Kerl. Ich habe ihn nur, wo man schon so ein bisschen auf Instagram gesehen, bei Repost, ey, was für ein Ding, ich hätte ihn umarmen können. Richtig. Hat auch einen ganz normalen Job gehabt, glaube ich, Altenpfleger, haben sie gesagt. Also, genau, ich wusste es, ja klar, bei dir, natürlich, Team. Naja, aber es ist cool, dass er einen normalen Job hat, weißt du, nicht, irgendwie BWL gemacht hat oder irgendwo bei einer Angelfirma, sondern gefühlt leicht ist einer von uns. Ja, Mann. Der hat halt irgendwie die richtigen Fische raus und Land gezogen, der richtig hat ihn gesehen und ist jetzt Teamangler. Finde ich super cool. Ja, auf jeden Fall, der hat auch richtig Spaß beim Fischen, hat auch richtig direkte Taktik gemacht, Polderfischen, dann die Zwei-Köder-Sache und all so ein Krams, alles schön erklärt, ey, ich bin richtig, richtig nicht überrascht, direkt überzeugt von ihm, sagen wir es so. Genau, genau. Auch Handling war, er hatte seinen Scheiß beieinander, sein Kescher, war ausgetan, war neben ihm gestanden. Weißt du, welcher Kescher auch ausgefahren war? Er hat, ja, ich glaube, der Kescher hat gepasst. Nee, weißt du, welcher auch ausgefahren hat? Und was er sogar gemacht hat, noch eine wichtige Sache, was er gemacht hat, hat die Scale in den Kescher getan. Das heißt, die Scale war nass, er hat ordentlich ihn rausgeholt, den Fisch, hat ihn ordentlich behandelt, hat ihn nicht irgendwie so ins Wasser zurückgeworfen, sondern hat ihn richtig schön reinflutscht. Du hast gemerkt, der Junge, der macht das noch keine 30 Jahre, der hält sich noch an alles, der freut sich über, wie er sich über die Fische gefreut hat, es war schön anzusehen. Über die Fische konnte man sich richtig freuen, Junge, diese Hechte, Alter. Direkt am Hand vom Bombenfisch, Alter. Ich glaube, 80er Stüttert hat er jetzt, glaube ich. Ja, genau. Der hatte einen Mitte 70er und zwei über 80, glaube ich, ne? Genau, 89, 84, 72. Boah, 89, guck mal, das ist direkt mein PB gewesen, Alter. Das ist krass, ne? Ach gut, ich hab's hier auch offen. Einfach auf dem Mond vergucken. Aber nochmal meine Frage. Weißt du, welcher Kescher auch rausgefahren war? Ich weiß nur, welcher Kescher nicht ausgefahren war. Der von Big L war auch rausgefahren. Ja, ja. Ich komme immer wieder dazu, Alter. Wir nennen ihn nur noch in diesem Cast Sir Lancelot, ja? Der könnte auch auf dem Pferd da mit reiten und ein Ritterturnier gewinnen. Ich sehe Big L schon bei den nächsten Olympischen Spielen beim Stabhochsprung, Alter. Aber er nimmt nicht so einen Stab, sondern er nimmt den Kescher, Alter. Weißt du, was ich mich halt frage? Es ist vielleicht eine unverschämte Antwort. Ich hoffe, du verzeihst es mir. Aber was ich bei diesen ganzen Profis nicht verstehe, bei Dustin nicht, bei Enrico nicht, die fahren doch Riesenautos. Ich fahre nur so einen kleinen Scheiß 6er Golf Plus. So ein bisschen mit noch 10 Zentimeter mehr Heck. Die fahren doch richtig klein. Wieso haben die gefühlt nur einen Kescher in ihrem Leben? Die haben bestimmt mehr, aber nur einen dabei. Ja, aber warum? Die haben doch das komplette Auto. Ich habe drei Z-Kescher draußen hängen. Den kleinen, wenn ich auf Forelle gehe, den mittelgroßen für Zander und den riesengroßen für meinen Bundschicht, der dann nur so groß ist. Wo dann winzig aussieht, diesen riesen Kescher. Wieso haben die nicht mehr Kescher dabei mit mehreren Längen? Also der Kescher ist wahnsinnig geil. Ich glaube, man hat gesagt, 4,7 Meter ist das. Das ist Foxwage Kescher Carbon. Richtig geiles Teil. Für so Steilufer und da, wo der Shimano-Mann das gemacht hat. Perfekter Kescher, den kannst du von überall rauskeschern. Geil. Aber was willst du damit an einem Fluss, der nicht mal tief ist, weil du auf die Steine gehen kannst an der Wasseroberfläche? Du verkescherst dich doch mit 4 Meter Leiden. Du erstichst doch den Kameramann. Die sticht das Auge aus. Schwerverletzte. War vielleicht die falsche Wahl für die Buhne, aber vielleicht wollte er irgendwie vielleicht auch noch später an die Spundwand oder so. Wer weiß. Es sah auf jeden Fall lustig aus, wie er mit seinem riesen Kescher lang gelaufen ist. Das sah wirklich witzig aus, Alter. Ohne Witz. Ohne Witz, Alter. Ja, aber was man auf jeden Fall, selbst wenn man so einen Teleskop-Kescher hat, bräuchte man vielleicht trotzdem noch einen Spundwand-Kescher. Ich habe geguckt, ob Shibano einen hat, aber ich habe keinem Sortiment gefunden. Die Frage ist, ich habe keine Ahnung, ich angele keinen Spundwand, du hast wahrscheinlich schon mal Erfahrung gemacht. Ich stelle mir das halt irgendwie schwierig vor, du hast irgendwie, sag ich mal, zwei Meter nach unten, dann hast du diesen Kescher. Du kannst den Kescher ja nicht so hoch holen, weil der bricht ja sofort ab. Ist ja klar. Sondern du ziehst den ja mehr oder weniger so irgendwie hoch. Genau. Und da ist die Frage, ist es nicht einfacher mit diesem Spundwand-Kescher, den du einfach ans Wasser lässt und dann irgendwie den Fisch, ich habe keine Ahnung, ich habe das noch nicht richtig, oh, ich darf das nicht mehr sagen, das haben die Kommentare nicht so geil gefunden, einer in den Kommentaren, ich grüße gehen raus. Ich habe doch nicht an Spundbänden geangelt, deswegen habe ich keine Expertise dafür, deswegen frage ich, ah, wie sieht die Expertise ab? Hallo, aber ich habe ihn doch zurechtgewiesen, der hat danach in die Presse gehalten. Ich weiß, ich weiß. Aber was war das doof? Also ich denke halt so, das Hochziehen ist doch einfacher, wenn der Spundwand-Kescher die ganze Zeit an der Spundwand schön entlang zwirbelt. Das ist doch, glaube ich, einfacher, dass sich der Fisch da nicht mehr rausreißt, oder? Ja, absolut. Absolut, absolut. Und du kennst nur den Spundwand-Kescher von Zek und das Ding ist ja nur so klein, das ist ja irgendwie, das tust du ja zusammendrücken und dann hast du so ein, sieht aus wie so eine runde Tasche, also ist es auch nicht irgendwie richtig sperrig oder so, sondern das Ding ist eigentlich ziemlich easy. Das ist easy mitzunehmen, auf jeden Fall. Du musst es nur haben, wo du mitnehmen willst. Also wenn du den Plan hast, an so einer hohen Spundwand zu angeln, wo du nicht vorher durch Parcours laufen lernen musst, damit du den Fisch landen musst, dann sollte man den schon mitnehmen, finde ich. Ich habe mich beim Jungen ein bisschen gefühlt, wie bei Uncharted. Wie er immer runtergeslidet. Jetzt drücke die X-Taste, Mann. Jetzt drücke die X-Taste. Jeden Moment, Alter, habe ich gedacht, der fährt ins Wasser, der rutscht aus oder er macht irgendwas. Junge, 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 Junge. Du hast dich auch richtig verletzt, also du musst dir nicht gleich was brechen, aber der kann sich einfach Seen reißen. Also jeder, der schon mal Sport gemacht hat, und ich mache das jetzt auch seit ein paar Tagen, ey, du musst da verdammt aufpassen. Wenn du irgendwo falsch hintrittst oder irgendwas, dir tut sofort irgendwas weh und er ist jetzt auch nicht gerade, sag ich mal, Dustin Schöne von der Figur durchtrainiert. Ich glaube nicht, dass wenn der abrutscht, der tut sich wahnsinnig weh. Der kann sich eine Sehne reißen, dann steht er da. Und wir wissen nicht, wo der ist. Keine Ahnung. Es ist ja auch nicht ungefährlich, ja. Also was machst du denn? Die sind ja wieder irgendwo gewesen. Keine Ahnung, ob da oben die Straße ist. Keine Ahnung. Aber ich bin mir vor, der verletzt sich irgendwie heftig. Ja, das wäre natürlich eigenes Risiko, wäre natürlich Pech. Er sagt vor allem immer wieder, er ist halt irgendwie fünfmal runtergesleitet, so. Ja, jetzt wird es aber immer schlammiger. Jetzt wird es immer schlammiger. Aber das wäre echt, das wäre echt. Aber Gott sei Dank ist nichts passiert, aber auch die Spotwahl, also wo die immer rumkraxeln, also so mit Bergsteigergeschirr irgendwo oben drüber. Ich weiß nicht, wie die zu den Spots kommen. Das sah sehr, sehr geil aus. Also ich wäre da nicht hingegangen. Ich weiß nicht, wer Bravestar sieht auf Twitch. Der ist ja auch manchmal an so einem Spot, wo nur Steine sind, wo der da runterkraxelt mit seinen dünnen Beinen, wo ich mir denke, irgendwann fällt der hin. Aber das ist so angelössig. Das wäre ein wahnsinnig toller Twitch-Clip, aber die Rettung wird schwierig, ja. Wenn du öfter im Wasser bist und da, umso länger du laufen musst, umso gefährlicher der Hinweg, desto besser wirst du auch fangen. Das ist immer so, weil da sind weniger Leute. Auf jeden Fall, klar. Auch Panty ist ja manchmal an Spots, wo ich mir denke, wie kommt ihr über diese Steine drüber? Also ich stelle mir das wahnsinnig schwierig vor, diese holländischen Teile, wo du nur so auf Steinen rumliffst. Ich denke, also gut, ich bin ja auch so ein umwabbeliger Blob. Also ich würde da aussehen wie so ein modernes Kunstwerk, wenn ich da durchlaufe. Noch bald siehst du aus wie der begutete Trachtman, Alter. Ich bin mir ganz sicher. So viel Bier trinke ich auch, ne? Aber wie gesagt, es ist spannend. Also wie gesagt, Gott sei Dank passiert da nichts. Gleich wenn wir bei Jungen sind, gleich eine Frage. Ich fand ihn taktisch unklug, was er gemacht hat. Weil er gefühlt so lange an diesem Spot verharrt ist, wo ich mir gedacht habe, du hast doch, es sind jetzt keine Riesenzander. Aber, also ich weiß nicht, wie würde ich so ein Turnier fischen? Ich würde erst mal gucken, dass ich von einer Fischart einfach mal vier Stück fange. Einfach wie gesagt, leck mich am Arsch, ich habe meine Bonusfische und dann muss ich irgendwie einen Barsch und irgendwie einen Hecht fangen oder irgendwas. Warum beißt er sich so fest? Weil wir müssen jetzt davon ausgehen, jetzt ist ungefähr elf, zwölf Uhr. Das heißt, er hat den halben Tag schon verbraucht. Er hat kein Top-Water gemacht. Er hat nur auf Zahnen da geangelt. Er hat Erfolg gehabt, keine Frage. Aber er hat ja am Ende der Folge gesagt, und jetzt mache ich noch weiter. Hingegen Sami zum Beispiel hat ganz klar gesagt, ich habe jetzt drei Hechte, ich gehe jetzt mal weiter, weil ich habe Konfidenz, ich habe jetzt ein paar drauf, ich bin erster, zweiter Platz, ich gehe weiter. Wie siehst du es? Würdest du es auch so machen wie die zwei? Ich würde es genauso machen, auf jeden Fall. Bei Sami ist es auf jeden Fall so, die Wahrscheinlichkeit, dass Sami in dem Polder noch eine Möglichkeit hat, sich irgendwie zu verbessern, außer bei dem 70er, ist sehr, sehr gering, sage ich mal. Und er hatte seine drei Hechte voll und das mit super guten Maßen, jetzt kann er ganz entspannt auf Barsch und Zander gehen. Bei Zander finde ich allerdings, Zander ist so ein Keyfish, der aber nie gefühlt für Sieg oder Niederlage ist, glaube ich. Sondern Zander hast du, um die Fullcard zu kriegen. Und wenn du da ein 50 plus hast, ist schon gut. Und jetzt hat er da vier Zander, glaube ich, ne? Ja, der hat ein 53er, der ist wunderbar, ein 52er, ein 49er und ein 42er. Jetzt kannst du sagen, der ist 42er, okay, schlecht, aber du hast doch sowieso immer beifangen. Du fängst doch sowieso irgendwo zwei Fische. Der 42er fliegt auch noch garantiert raus, wenn er weiter gut fängt oder so, durch einen Hecht oder durch einen Barsch oder was auch immer. Aber du hast den Fisch erstmal, weißt du, und du kannst den Zander komplett abhacken und da hat es gerade gebissen und wenn du den Spot verlässt, wo es gerade gebissen hat, wo es funktioniert und dann woanders hingehst und da gehst du nicht mehr, dann beißt du dir halt in den Arsch. Ja, aber du hast, er hat ja alle Punkte. Also ich verstehe ihn ja, aber er weiß ja ganz genau, der 52er Zander wird ihn nicht springen auf die nächsten anderthalb Tage. Ja. Und wenn, und wenn, und wenn Icey, und wenn es was bringt, ist er sowieso hinten, dann ist sowieso schon scheißegal, weißt du, wie ich meine. Es geht ja darum, dass drei Plätze weiterkommen, deswegen musst du ja auch anders agieren, finde ich, in der Vorrunde wie in dem Finale. Da musst du, da würde ich auch nur da bleiben, wo es bei ist und würde hoffen, der andere fängt nichts, alles klar. Aber du musst dir überlegen, wir haben ja auch super wenig Fisch heute gesehen, also es hat sich noch viel angefühlt, aber so viel war es gar nicht, wenn du dir überlegst, Frédéric Jolyer hat noch nichts, Louis hat noch nichts. Ey Fisch, ja. Und Herbert und Markus haben einen, sie sind aber auch nicht so happy damit, mit einem 57er und 56er Hecht. Das ist jetzt auch nicht irgendwie, wo du sagen kannst, boah der Tag, ich kann schon mal ins Würzhaus gehen und mir ein Bier holen. Ja, das stimmt, das ist nicht sehr befriedigend. Aber ich denke, vier Zander sind sehr befriedigend. Und er hat dann ja auch den Köder geändert, auf größer und wollte ja auf größere Fisch gehen, jetzt gucken, ob da größere Zander sind. Und dann hat sich auch noch die Strömung geändert, ja, mal gucken, wie es dann weitergeht. Also ich glaube, also ich hätte es genauso gemacht, wie er das weitermachen. Vielleicht hat er auch noch auf einen großen Barschbeifang gerechnet, kann ja auch sein. Er wäre ja auch noch möglich da an der Stelle. Und ja, mal gucken, wie es bei Christoph weitergeht. Ich hoffe, er wird sich in den nächsten Spots keine Beine brechen. Und was ich auch sagen muss, er ist super sympathisch. Ja, also ich finde ihn ganz, ganz netter. Mit dem würde ich auch angeln gehen. Der ist ruhig, der ist entspannt. Was ich cool finde, es hat gefühlt jeder einen Gameplan. Ich habe das Gefühl, jeder weiß, was er gerade tut. Nur C.I.S. wollte uns den nicht verraten. Die hören die halt, ja. Aber gefühlt Christopher und Sammy wissen ganz genau, was sie tun wollen. Also ich glaube, die haben einen sehr krassen Gameplan drin. Meinst du C.I.S. ist ein großer Trachtman-Fan? Hm? Meinst du C.I.S. ist Trachtman? Ich glaube, der kennt ihn. Aber eigentlich müssen wir es den C.I.S. mal schicken. Der freut sich. Vor allem, den Comic gibt es als bayerische Version in bayerischer Mundart. Das ist genau, endlich kann er mal was lesen, weil er sich genauso anhört, wie er spricht. Falls du zu Angemesse in Berlin kommst, bring ich das mit, Alter. Ohne Witz. Sorry, jetzt habe ich dich Schwede unterbrochen, das tut mir leid. Ja, alles gut, alles gut. Also wie gesagt, ich bin gespannt. Wer mich sehr irritiert, ist Markus von Eu. Also der ist ja bei mir sehr, sehr, sehr gesunken bei YPC Bo, weil mir dann mehr auf den Sack irgendwann gegangen ist. So ein bisschen von der Art her so, oh ja, jetzt mache ich irgendwie und habe keine Lust. Der ist mega fokussiert. Alter Schwede. Markus überrascht mich, der ist, auch wenn der es nicht viel gefangen hat, aber der denkt mit, der ist ruhig. Der geht Schritt für Schritt voran. Finde ich eine ganz andere Wahrnehmung wie beim YPC Boat. Da hat es irgendwie aufgegeben nach einem Tag. Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, bei YPC Boat hatte mehr Herbert, so das Sagen. Und man hat mehr so den Plan von Herbert durchgeführt. Und ich glaube, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass Markus sich aus Respekt oder so da irgendwie nicht so einbringen wollte oder diesen Plan nicht durchbrechen wollte und einfach den Gang von Herbert mitgegangen ist. Und ja, vielleicht deswegen verdirte ich das ja. Ich glaube, es war ja auch problematisch bei YPC Boat. Die kannten sich, glaube ich, erst zwei Stunden vorher, glaube ich, bei den Interviews. Also die kannten sich einen Tag vorher oder ein paar Stunden vorher auf jeden Fall, haben die noch nie zusammen geangelt, was halt auch mega doof ist. Also ich verstehe bis heute nicht, warum man sowas macht. So ist es halt manchmal. Aber es ist halt so, ja. Aber wie gesagt, also der Markus, ich glaube, der, mit dem ist zu rechnen. Also auch wenn es heute noch nicht so aussieht, der weiß, was er tut. Ich glaube, der hat gute Gewässer, der hat eine gute Connection mit Bullseye. Ich glaube, der hat auch seine Teamangler, die da rumschwirren. Ich glaube, das wird cool. Ich fand es ein bisschen verrückt, weil, wo wir gerade bei Markus sind, das war eigentlich meine Problematik in dieser Folge. Da, wo wir jetzt gerade schon dabei sind. Aber erstmal war die, Markus von euch war die letzten YPC-Folgen, fand ich ihn immer mega. Er hat mich übel sympathisch, richtig weitgerecht, immer auf Natur und Fisch geachtet und alles. Ich fand ihn super, hat gut geangelt. Und, ähm, aber was war da heute los? Also, ach. Falschen Kescher gekauft, glaube ich. Ich habe den Kescher noch nie ausprobiert. Der Kescher ist für mich das geringste Problem eigentlich. Echt? Okay. Pass auf. Wir haben ja gesagt, wir machen uns Timeskips, ne? Ja. 38 Minuten 35. Warte. Für euch da draußen auch. Oder 38, 30. Geht einfach mal hin. Nee, warte. Geh einfach mal zum Catch, wo er den Kescher aufbaut. Das war, was ich bin jetzt bei 37, 45. Habe ich einfach Pause gedrückt. Ja, warte mal. Ja. Ja, 45, warte. So. So. Warte, ich bin jetzt gerade da. Okay. Geht da auch mal hin, alle Zuschauer. Pausiert dann mal. Und, ähm, total. Passt gar nicht irgendwie in die Markus-Art und Weise. Alles, was jetzt kommt, passt gar nicht in seine Art und Weise. Du siehst, den Kescher ist keine Scale. Ja. Dann. Wer hat ja auch irgendwie am Rucksack. Er muss erst den Rucksack rausziehen. Muss das alles runterziehen. Aber pass auf, dann fängt er den Fisch. Jetzt hält er mit einer Hand die Route und du siehst, wie der Fisch unten aus dem Wasser zappelt und springt und alles. Alles gut. Dann holt er den Fisch raus. Jetzt geht mal, skipp mal zu 38, 5. Warte. Warte, einfach kurz so. Okay, zieh den hoch. Okay, er hat den Kescher sogar zu gehabt. Für mich hat es nämlich ausgesprochen, als ob der Kescher nicht fertig war. Aber der war fertig. Ja, ja. So. Ah, schön. Oh, schön auf dem Asphalt erst mal. Aber er sagt, gut, er zieht jetzt rüber in die Wiese. Na, aber bis bei 38, 5. Warte, ich bin schon drüber. 38, 5. Und da pausier. Die Szene, wo er da steht mit dem Kescher. Bei der Landung war keine Scale im Kescher. Der Fisch liegt unten im Kescher. Warum wirft man die Scale auf den Fisch drauf? Ah, die Scale auf den Fisch drauf? Ach, du hast recht. Ja. Warum? Und dann sagt er, hey, kurz, wir bringen den Fisch zur Wiese. Was war da los? Das war ein ekliger Cut. Man konnte bis dahin nichts sehen. Auf einmal war die Scale im Kescher. Was ist da passiert? Keiner weiß es. Was? Stimmt, jetzt sehe ich es. Ah, jetzt habe ich weitergemacht. Okay, 35, 6 ist das, genau. So aufstehen und dann ist auf einmal die Scale. Magic happens. Das sind schöne, Kescher-mäßig. Auf einmal ist er da. Na, und danach war eigentlich alles okay. Aber dann, na, also das ist eine Frage dazu. Dann gehen wir zu 38, 35. Das tut mir leid. Sherlock, Dan, das ist am Start. Ja. Und dann. Aber ich sehe nichts. Ich sehe nur hochheben. Oder guck bei 38, 30. Guck ab 38, 30. Ich mache den Ton aus. Und ab da guck. Und ich kommentiere. Er nimmt den Fisch hoch. Er guckt noch zum Kescher. Hat ihn in der Hand. Nimmt ihn aber nicht mit. Er wollte mit dem Kescher releasen. Okay, und dann auch rausgecuttet wieder hart. Genau. Und er hat auf einmal keinen Fisch mehr. Und er hat keinen Fisch mehr, zack. Und hat wahrscheinlich von der Brücke runter releast. Oder was auch immer. Können wir jetzt nicht sehen, aber wurde eklig rausgecuttet. Passt überhaupt nicht in diesen Markus-Stil rein. Und da frage ich mich, was ist da los mit Markus gewesen, Alter? Weißt du, dieses weitgerechte, dieses an Natur beachtete, dieses, was ich immer an Markus geliebt habe. In diesen zwei Minuten komplett alles, alles rip in meinen Augen. Ich so, was ist da los, Alter? Krass. Ja, vor allem eben, weil man wieder gecuttet hat. Und das ist der Cut-Stil, den wir letzte Woche auch hatten. Mit dem Kescher von Dustin. Ja, Magic Happens. Aus dem Off kommt noch. Ja, den hat irgendjemand gebracht. Und ich denke so, fuck, ihr habt eine 1-Stunden-Folge. Ihr habt jetzt nicht so viele Szenen drin, wo ich sagen würde, boah, da fehlt mir jetzt was. Sondern es sind so ein, zwei Szenen, wo was fehlt. Zehn Sekunden mehr. Es ist doch scheißegal, ob die Folge 1 Minute 3 oder 1 Minute 5 ist. Das kostet doch hecht und wasch kein Geld. Du zahlst doch keine Speicherkosten bei YouTube. Es ist doch egal, ob das Video in Minute 5 oder Minute 3 ist. Ja. Deswegen verstehe ich dich. Du kannst es doch zeigen, weil das führt es nur zu Spekulationen wieder. Ja, ja, auf jeden Fall. Was doof ist, ja. Und wir sind ja hier noch human. Ich möchte nicht wissen, was wir da... Ich habe noch gar nicht in die Kommentare geguckt von der Folge. Ich habe keinen geguckt. Da stand gar nichts dazu. Einfach nur viele Glückwünsche an Sami und an alle. Aber selbst dir ist es ja nicht aufgefallen. Und du bist das kritisches Auge von uns, Alter. Wie gesagt, ich dachte erst, er hat den Kescher nicht richtig zusammengemacht, weil er so ein bisschen runtergegangen ist. Da dachte ich mir, hat der vielleicht den Kescher nicht zugeklickt oder so? Und dann dachte er, das ist eher Kacke, wenn der Kescher gleich aufspringt und der Fisch rausknallt an der Leine. Wie gesagt, wir haben die gleiche Diskussion wie letzte Woche. Jetzt kann man natürlich... Wir müssen das wahrscheinlich jede Woche kritisieren. Wir müssen das jede Woche wieder sehen. Habe ich auch für nächstes Jahr. Dieses Gottverdeckfluchte Kescher. Ich fühle mich wie beim Doppelpass beim VHR-Videospiel. Wir reden jede Folge drüber und jedes Mal das Kescher. Gib den verdammten Leuten, die mit den Leuten dabei sind, dieser Begleitperson, die soll den verfluchten Kescher durch die Gegend tragen. Die soll keine zehn Routen tragen. Die soll nicht irgendwie das Feschpa mitnehmen. Einfach nur diesen blöden Kescher, dass wir nächstes Jahr um die gleiche Zeit nicht wieder darüber diskutieren, warum ist der Kescher immer ein Problem. Ich verstehe es. Die haben doch jemanden. Der kann doch den Kescher halten. Die sind doch zwei Meter neben ihn. Und dann, oh, ich habe einen Fisch. Hier ist der Kescher. Ich übergebe den Kescher. Ich gehe zurück. Ich kescher nicht für ihn. Einfach nur diesen verfluchten, offenen Kescher geben. Das ist doch kein Problem. Das Kescher, du kannst dann sagen, also gut, es könnte eine Möglichkeit geben. Der andere bringt dir den Kescher und du verlierst den Fisch. Aber ich glaube, dass es unrealistischer ist, dass du mit einer Hand deine Rute hältst. Wir haben es gerade in der Szene gesehen, Leute. Ihr habt es ja auch euch angeguckt. Er hält irgendwie die Rute mit einem Finger. Dann versuchst du irgendwie den Rucksack auszuziehen. Du hast die Rute im Weg. Dann versuchst du jetzt nicht so durchzuschlängeln. Ich kann mir keiner erzählen, dass du da nicht den Fisch verlieren kannst, wenn du irgendwie die Rute irgendwie mit einem Finger irgendwie quer über den Kopf hältst, wie so ein Lasso. Und dann irgendwie versuchst du den Kescher aufz... Nein. Ja, ja, ist so. Ist so. Es ist Blödsinn. Also auch die zwei Fische, die im Jahr verloren gehen, sind gut verloren gegangen, weil die wären auch so abgerissen. Aber gut, wenn die dann so abgehen und sollen die keinen Köder im Maul haben, okay, ist dann deren Schuld. Ich hoffe, sie lernen daraus, aber gefühlt nicht. Also da muss irgendwie... Weil es auch nicht bestraft wird. Da muss einfach eine Regel her. Es geht nicht anders. Guck mal, jedes Mal, jedes Mal ist es wieder Diskussion. Und das ist einfach... Ich glaube, im Regelwerk steht das sogar, müssen gekeschert oder mit der Handlandung gelandet werden. Ja, genau, so müssen die gekeschert oder gehandlandet werden, aber... Ja, weiß nicht, das ist so ein Akt immer. Das ist immer so ein Akt. Ja, vielleicht muss eine Regel her, der Kescher muss zu jeder Zeit einsatzbereit sein. Ja, wahrscheinlich irgendwie sowas. Ja. Ist halt wieder blöd für Leute wie Marable, der wie so ein Luxus-Unterholz jagt und dann überall wahrscheinlich mit dem Kescher hängen bleibt. Dafür ist ja die Regel gedacht, dass du einfach einen Clip im Kescher hast oder so, wo du... Wir haben genug gesehen, die wie so ein Lichtschwert aufgehen, wo du einfach nur runterschlägst und dann ist das Ding offen. Aber die sind es ja nicht. Also du wirst wieder Leute damit bestrafen, weil die Leute, die so aus Unterholz laufen, die werden die ganze Zeit mit dem Kescher durch die Gegend heizen. Aber ganz ehrlich, und das ist auch eine Diskussion, die haben wir auch geführt im Chat, wie oft wechseln die denn den Spot? Du willst mir noch nicht erzählen, außer der Marable, der so ein bisschen den Köder zehn Kilometer an der Seite gefischt hat. So fischen aber 90 Prozent der YPC-Leute nicht. Das heißt, du gehst hin, spottest, wo ist Fisch, wirfst aus und dann stehst du auch du dafür. Du willst mir doch nicht sagen, dass die zweimal reinwerfen und weitergehen. 90 Prozent der YPC-Angler werden auf dem Spot bleiben. Der Junge ist, glaube ich, fünf Stunden an dem gleichen Spot gestanden, ist wieder runtergeslidet, aber er ist am Spot geblieben. Da kannst doch du einen scheiß offenen Kescher haben. Vor allem der Junge, und ich kann es immer nur wieder sagen, das ist auch ein Vorbild, finde ich. Wie hat es der gemacht? Das hast du gesehen. Der hat die Scale auch schön nass gemacht, fand ich super mit dem Wasser. Und hat die Scale aber auch liegen lassen. Du hast gesehen, der hat sich da seinen Abhackspot ready gemacht. Da lag der Kescher, da lag die Scale, und er wusste, okay, wenn ich ihn für schwang, laufe ich rüber, mache Uncharted-Move und ziehe ihn raus. Und das finde ich vorbildlich, und so können sie das halt auch machen. Übersehen immer als Nathan Drake, ich sehe das. Ich sehe das mit dem Jungen auch ein bisschen riskant so, weil der Kescher auch so weit entfernt ist, und er geht zu einem Spot, wo er weiß, er muss erst da runter, geht ein Risiko ein. Geht bestimmt auch anders und besser, aber naja. Wir haben es im Vorgespräch gesagt, die Frage wäre halt, oder nicht, das haben wir vorhin schon besprochen gehabt, es wäre schlau, wenn er einfach einen Spundfang-Kescher hätte. Wo er einfach vor dem Spot, wo er steht, erst mal ist es einfacher für ihn, weil er muss nicht irgendwie wieder mit der Hand oben ohne Stütze irgendwie wieder einen Nathan Drake-Move machen, sondern er zieht ihn halt hoch und hat ihn und kann seinen Angel neben dran legen und ist gut, ja. Genau so. Also von dem her, ja, ja. Schwierig, aber ich glaube, solange es kein eigenes Regelwerk dafür gibt, werden die machen, was sie wollen. Es ist wie beim Fußball, wie bei jeder anderen Sportart. Du wirst immer gucken, dass du es maximierst und wenn es keine Regel gibt, dass du den Kescher nicht an deinem Mann haben musst, ohne Strafpunkte zu kriegen, oder es darf nicht länger als 30 Sekunden dauern, bis du kescherst. Irgendwie so eine Regel müsste es ja geben, musst du irgendwas machen. Die erste Regel wäre wahrscheinlich, du musst innerhalb von 30 Sekunden keschern. Boah, das kannst du nicht machen, das ist auch wieder vom Fisch abhängig, ne? Richtig. Also keschern heißt, die Kescher bereit haben, vielleicht. Ja, ja, bereit haben, auf jeden Fall. Aber auch da, wenn sie wieder modifizieren und machen, ich kann immer nur sagen, sie sollen halt einfach für sich denken, das Turnier ist das unwichtigste Turnier der Welt. Es geht um gar nichts, um absolut gar nichts. Es geht um kein Preisgeld, es geht um kein Teamposten, es geht um absolut gar nichts. Da stirbt kein Mensch, wenn man das Turnier nicht gewinnt. Das ist ein reines Sponsoring-Turnier mit einer Vorbildwirkung, gerade für junge Angler. Ich glaube, unsere Zielgruppe wird nicht die Hauptzielgruppe sein. Ich glaube, die Hauptzielgruppe von Hecht und Barsch, ZEG, LMAB und so weiter, ist so, keine Ahnung, Anfang 20 bis Ende 20. Würde ich sogar noch Junge einschätzen. Ja, vielleicht sogar 16 oder sowas. Irgendwie so um den Dreh. Das heißt, die machen das nach. Die schauen sich das an. Und das sollte im Vordergrund stehen, dass sie einfach auf sowas achten. Ich sehe es ja auch bei uns im Verein, wir haben dieses Jahr beim Königsfischen, haben wir als Preise, oder nee, nächstes, ich glaube, jetzt im Pokal machen wir es, weil immer alle nicht keschern, gibt es Kescher als Gewinne. Das Pokalfische. Weil auch die Jugend, du siehst es auch, die nehmen ihn auch mit der Hand raus. Da denkst du so, warum? Dieser Kescher. Und vor allem, diese Diskussion, das macht die Fischhaut kaputt. Du musst einen vollgummierten Kescher nehmen und die kosten auch nicht. Der ZEG-Kescher kostet 50 Euro. Ein Spro-Kescher kostet 30 Euro. Das ist jetzt auch nicht so, dass sich das keiner leisten kann. Und wie gesagt, ich glaube, der Fisch geht eher kaputt, wenn ihr zweimal aus der Hand fett, dreimal auf den Stein knallt und er dann nur so zuckt. Dann wäre es vielleicht doch einfach besser gewesen, in den Kescher reinzutun. Ja, auf jeden Fall. Und deswegen hoffe ich halt, dass sie da Wert drauf legen und der YPC ist dafür bekannt, dass sie was dran ändern. Wie gesagt, wir werden auch dieses Jahr nochmal so einen Enrico-Move sehen. Ich denke nicht von Enrico, aber von anderen, dass sie mal den Fisch rausziehen. Irgendwann werden wir das sehen, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist halt so. Aber wie gesagt, und das meinte ich immer noch. Schön, dass wir das schon Enrico-Move nennen, Alter. Ja, weil es halt noch so prägsam drin ist, weil er sich halt auch entschuldigt hat. Und es gab also, ja, aber so ist es halt dann am Schluss. Enrico nimmst du hoffentlich nicht böse, aber das bleibt dir halt so im Kopf und es hat ihn wahnsinnig geärgert. Hast du auch gemerkt, er war wahnsinnig wütend auf sich selbst, dass er das gemacht hat. Einfach nur, dass er diesen Punkt kriegt, aber das hätte er nicht gemacht, wenn er weiß, das kostet ihn 30 Punkte. Ja, das stimmt. Dann hätte er es nicht gemacht. Und in den Kommentaren fand ich auch letzte Woche gut, mir hat einer zugestimmt, ja, der Dustin hat drüber nachgedacht. Ja, ja, ich weiß, das Lappy war das, genau, ich habe es genau gesehen. Auf jeden Fall, doch, der hat drüber nachgedacht, eindeutig, ja. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Und wie gesagt, ich habe es dir gesagt, ich würde wahrscheinlich auch drüber nachdenken, wenn es um was geht. Und der Dustin ist halt einfach ein Kämpfer. Das ist ein Leistungssportler beim Angeln. Der will, der könnte auch alleine angeln, das könnte auch um nichts gehen. Wer First Cast Videos guckt, der ist auch so. Scheißegal. Und wenn es so irgendwie darum geht, wer frisst irgendwie den schärfsten Chip der Welt, er will, dass Vekki ihn isst und dann arbeitet er wie eine Maschine. Das ist ihm egal, ja. Der läuft wie so ein Wiesel an diese Spots entlang. Weißt du, alle anderen schon, können wir nicht was trinken? Ich trinke nicht im Bett, Kampf und läuft und läuft und läuft. Das ist halt ein Leistungssportler. Ey, Digga, Wer gewinnt die Gruppe? Luis Mendes. Ernsthaft? Ich lege. Ja, er wird euch überraschen. Ich sage es euch, er wird euch überraschen. Dann Platz 2, würde ich sagen, Sami, weil der einfach eine krasse, ich glaube, der ist geil, der ist geil drauf. Ich glaube, der ist auch motiviert, der hat Bock. Der sieht es als Plattform. Ich glaube, die wollen auch den Frankreich-Tanel pushen von LMIB. Das heißt, Sami, Platz 2 und dann wäre es super schwer, weil die Gruppe ist einfach mega ausgeglichen. Die sind alle auf dem selben Niveau. Da ist kein Dustin, kein Enrico dabei, der sozusagen nochmal zweite Luft hat, der irgendwie einfach aus Wut heraus besser angeln kann, gefühlt. Wie gesagt, es könnte ja jeder sein. Es könnte ja jeder sein. Christopher Jung, der hat heute, finde ich, einen soliden Start gemacht, ist sympathisch, dem würde ich es gönnen. an natürlich auch Markus oder einen Herbert Ziereis, wobei ich halt nicht weiß, ob Herbie es wirklich schaffen kann, weil ich hatte das Gefühl schon, dass sie alle schon ziemlich krass vorbereitet sind und viel Training haben und so. Also wenn ich höre, dass Louis vier Tage Training, das hört sich jetzt für uns zwei wenig an, aber wenn du weißt, wie die in ihrer Terminkalender aussehen, ist vier Tage, auch wenn du das mit Enrico und so vergleichst, ich glaube, Enrico hat zwei Tage gemacht, ist schon viel Training. Wahrscheinlich hat er in den vier Tagen Big-Mutti-Training gemacht auf dem Boot, Alter. Ja, ich weiß nicht, aber wie gesagt, die sind alle sehr trainiert, also alle, alle habe ich das Gefühl, als keiner in den Interviews gesagt hat, so, och ja, ich war ein bisschen in Holland und dann habe ich so meine, meine Reiseroute mal ein bisschen ins Wasser gehalten und am nächsten Tag ist Turnier, habe ich nicht das Gefühl. Also ich glaube, gerade die, die, sage ich mal, die, die Neuen, wie Christopher und, und, und Sammy, ich glaube, bei denen geht es um was. Die wollen das zeigen. Shimano ist zum ersten Mal bei dem Turnier dabei. Ich glaube, die werden schon gesagt haben, pass auf, wer ist scheiße, wenn du in der Vorrunde rausfliegst. Wir sind zum ersten Mal dabei. Wir sind eine krasse Marke. Wir wären gern auch in der, in der zweiten Runde dabei. Bei Sammy, glaube ich, ist es Ehrgeiz, dass er auch zeigt, hey, du musst nicht 100 Jahre in der Fischerei mit dabei sein, um geil angeln zu können. Und die anderen vier, ich wüsste es nicht. Also bei drei kann ich mich absolut nicht festlegen. Lewis ist einfach ein Herzenspick von mir. Ich hätte einfach Bock, dass er weiterkommt. Und ich hätte Bock, dass er mal einfach geilen Erfolg hat. Bei den anderen, weiß ich nicht, wie Steinrager. Alles drin, naja. Sammy sehe ich auch mit in den Top 3 auf jeden Fall. Boah, ja. Christopher hat jetzt gut vorgelegt. Jetzt ist die Frage, wie er da weitermachen kann. Wenn er jetzt nur Zander fischt, das bringt natürlich nichts. Ich bin gespannt, wie er da weitermacht. Aber ich glaube auch, der hat gut Ehrgeiz. Sehe ich auch in den Top 3. Und dann, boah, das ist wirklich, wirklich schwer. Ich glaube, Lewis ist, wie ich dir schon gesagt habe, ich denke, Lewis ist gebrochen. Da wird nichts mehr gehen. Also gehe ich aus, dass sich Herbie, Markus und Frederik das ausmachen. Frederik hat die letzten Male, ist immer weitergekommen. Haben sie in der Folge gesagt, ist immer weitergekommen. Und der Frederik hat einen Vorteil, dass er alt ist weiter. Genau, beim letzten YPC Bank hat er auch erst am zweiten Tag richtig nachgeholt und richtig viel Fische gefangen. Boah, kann man nicht ausschließen. Also, ich sage auf jeden Fall, Sami safe. Sami safe. Markus. Und Christopher, weil er wahrscheinlich so auf eins ist, Die drei sage ich. Markus, Sami und Christopher kommen weiter. Boom. Ja, Frederik wird halt spannend. Frederik hat halt den Vorteil, ihm geht das alles nicht am Arsch vorbei, aber der hat, wie soll ich sagen, so eine Altersmilde. Weißt du, er geht da zu den Turnieren, der hat schon alles gefischt, der weiß, er kann fischen, er braucht niemanden mehr beweisen. Der geht hin, du hast gemerkt, er hat einen Gameplan und den Arbeit ab und entweder der Gameplan funktioniert oder der Gameplan funktioniert nicht. Davon wird er jetzt nicht Hunger leiden, sondern der hat eine geile Einstellung. So eine Einstellung hätte ich gern. Ich hätte nicht so eine Einstellung. Ich bin den ganzen Tag quasi angepisst. Ich bin eher so wie Luz, glaube ich. Ganz entspannt, der Typ, das stimmt. Richtig ruhige Seele, richtig schön. Hat man auch bei YPC Boat gemerkt, dass das Boot da kaputt, nee, bei Bass war das, wo das Boot kaputt war. Ja, wie die zwei Gondoliere. Und wie entspannt, die einfach da weiter gefischt haben. Einfach schön, Mann. Das ist halt ein Franzose, ne? Ja, Mann, Alter. Das ist halt Lebermann, der denkt sich, ach komm, leck mich doch. Dann fische ich halt nächstes Jahr besser. Richtig, genau. Nur, was ich immer wahnsinnig finde, der hat immer gefühlt, jedes Jahr einen neuen Sponsor, hey. Ja, das stimmt. Das Junkie, dann letztes Jahr, Ding, jetzt Mobi, oder? Mobi Softbase? Herbie hat jetzt Mobi, ja. Das, was mich irritiert hat, weil das war ja der Sponsor von der Frau Spingel-Petersen. Ja, genau. Aber sie ist noch, weil irgendwie bei mir einer gesagt hat, die ist bei Westin, ich habe auf die Webseite geguckt, die ist immer noch bei Mobi Softbase. Ja, dann ist doch okay. Genau, also, ich weiß nicht, woher das Gerücht kommt. Also, erst wenn es bei Angle News war, ist es safe. Erst, erst dann. Feuer, Feuer gilt gar nichts. Okay. Ich finde halt, das eine, was ich traue, ich finde, dass wir halt keine Frauen dabei haben wieder. Also, ich habe, ich habe das cool gefunden, dass sie dabei war. Sie hat Emotionen auch reingebracht, was ich wichtig finde, weil ich finde, die ärgern sich viel zu wenig. Ich glaube, wenn ich bei YPC mitangeln würde und würde es nicht scheiße, würde ich einfach meine scheiß Angeln zerbrechen vor der laufenden Kamera. Würde mega den Rage fahren. Mal gucken, wenn die nächste Frau mit dabei ist. War jetzt schon länger keine mehr dabei. Gibt auch gerade gefühlt keine so, die so hoch kommen. So eine Babs ist ja mehr in die Moderation gegangen. Bei River Fighters sind welche dabei, das weiß ich ja. Okay, ich bin gespannt, weil wie gesagt, ich finde es schade, weil ich glaube, meine Frau wird sich auch freuen, die schaut ja auch immer die Streams an und schaut sich die Sachen an. Das fehlt so ein bisschen. Wir haben es auch gemerkt bei der Frauen-WM und so, sie ist da richtig dabei beim FC Bayern-Frauenteam und so, sie folgt jetzt den Spielerinnen. Sowas fehlt bei der Angeleiheit auch, dass du dich da hochziehen kannst, auch als Frau und sagen kannst, hey cool, schade eigentlich, dass das, also ich glaube nicht, weil es ja auch viele Kommentare damals unter dem Instagram-Video gab, oh keine Frauen, ich glaube nicht, dass das an LMAB liegt. Nein, auf gar keinen Fall. Ich glaube nicht, also es gibt halt einfach keinen. Es kann ja auch sein, dass Frauen von den Teams gefragt worden sind und die haben gesagt, nee, wir haben keine Zeit. Das kann ja auch sein, wer weiß. Ja, wir haben keinen Bock. Es gibt halt auch nicht so viele, ich sag mal, berühmte Frauen, die fischen im Vergleich zu berühmten Männern, die fischen. Ist halt so, Angeln ist eine Männerdomäne und wenn die Frauen, die gefragt werden, ob sie fischen wollen, dann entweder keinen Bock oder keine Zeit haben, snap. Und du hast auch ein bisschen das Problem bei der Community. Ich weiß noch, wir haben ja letztes Jahr Retro-Let's Plays, äh, Retro-Reactions gemacht auf die alten Folgen von YPC und da hat ja auch, ähm, äh, Anni Fisching mitgemacht. Ja. Und die wurde halt zu Tode gehatet in den Kommentaren. Wie lange ist das her? Vielleicht haben die auch einfach, ich, ich, ich tue es mir nicht an, weil es, du weißt halt, dass du Show-Wie-Sprüche gedrückt bekommst. Das ist, ja, das muss dann aber, da muss dann, da müssen die Mods von LMA B in den Kommentaren gegen angehen, also das geht dann gar nicht. Ja, ja. Na, also da muss man dann direkt einen Riegel vorschieben, weil solche Leute willst du in deiner Community auch nicht, solche Leute willst du nicht, die deine Videos gucken, die deine Turnier-Videos gucken. Ja. Das erinnert mich an Profi-Liga, wo dann auch, ich weiß noch, habe ich dir die Story mal erzählt? Nee. Es gab eine Folge Profi-Liga, ich weiß nicht mehr, wer, aber da hat eine Frau, glaube ich, gegen Dietmar Isayas gefischt und, ähm, eine ältere Legende, über die wir letzte Folge schon gesprochen haben, hat dann immer solche Sprüche, äh, gebracht wie, also Didi, von einer Frau willst du dich doch nicht besiegen lassen, oder? Didi, jetzt musst du doch mal nachlegen, von einer Frau, das geht ja mal gar nicht, ne, Didi, Didi, weißt du, aber jetzt auch aus einem anderen Jahrhundert, das spielt gar keine Rolle, aus welchem abgefuckten Jahrhundert er ist, wenn ich dann, der Betreiber von der Profi-Liga wege, du wärst für mich gecancelt, du würdest nie wieder von mir ein verficktes Turnier moderieren, ich würde dich nicht mehr sponsern, nicht mehr unter Vertrag nehmen, außer, du holst ein Entschuldigungsstatement raus und das war's dann, und veränderst dein verficktes Verhalten, weißt du, aber diese Sexismus-Scheiße, ne, die hat im Angeln nichts zu suchen, die hat nirgendwo was zu suchen, die hat nirgendwo was zu suchen, ja, deswegen, Punkt, sorry, Statement, nein, wichtig, es ist doch immer wichtig, dass du es sagst, das Reichweite ist, das ist wichtig, dass Leute es checken, weil Sexismus ist immer noch ein Problem, heute noch, also das wird auch sich nicht ändern, weil einfach Generationen da sind, und wie gesagt, dieser Angler gehört halt auch dazu, der ist halt näher an den 50 als wir, und bei dem war halt noch alles anders, schaut doch mal Madman die Serie an, und wisst ihr, wie das abging damals, in den 60er, 70er spielt das, hat halt hier nichts mehr zu suchen, und ich sehe es ja jedes Jahr, wir machen, ich bin ja in der IT-Branche, wir machen jedes Jahr ein Girls' Day, und du kriegst es aus diesem Mädchenhöhe und nicht raus, ich weiß nicht, woher das kommt, aber die kommen immer noch hin, und sind immer noch gehemmt, wo du denkst, Alter, jede Entwicklerin, die ich kenne, jede UI-Designerin, die ich kenne, die nimmt die Männer aus, weil die sind gut, also die, und das ist halt so, Frauen gehen, sind anders problemorientiert wie ein Mann, und wenn du eine Frau und einen Mann auf ein Problem setzt, wirst du die bessere Lösung kriegen, als zwei Männer oder zwei Frauen da hinzusetzen, das ist einfach so, und das, auch das, in der IT-Branche ist bei uns immer noch eine Katastrophe, unsere Frauenquoten, wir haben wirklich viele, aber, es ist immer noch lächerlich gering, und beim Angeln tut es mir halt leid, weil ich sehe es halt bei meiner Frau, sie hat keinen, wo sie sich hochziehen kann, ich kann mich immer an Dustin hochziehen, und kann sagen, boah, schau mal, wie geil der angelt, boah, schau mal die Angelmethode an, oh, wie wirft der aus, und das ist halt schade, dass es niemanden gibt, und das wird auch deine Tochter nicht haben, oder das wird niemand haben, weil es solche Leute nicht gibt, und dann wirst du den Hang zum Sport verlieren, glaube ich, ich glaube, das ist krass, dass so eine geschlechterspezifische Sache super wichtig ist, für andere Geschlechter, ist krass, Ja, und es ist halt noch nicht weit, ich habe bei mir mehrere Reportagen beim Frauenfußball angeguckt, bei der EM, es gibt ja zum Teil gar keine Frauenmannschaften, das heißt, sie spielen irgendwie bis zur A-Jugend, irgendwie bis 14, spielen die Mädels und die Jungs zusammen, und dann werden die aufgetrennt, und dann kann es halt sein, dass die Mädchen keine Mannschaft haben, und dann wunderschön, dass der Breitensport nicht funktioniert, und wenn es schon bei sowas Krassem wie Fußball schon so beschissen läuft, dann kannst du dir ja vorstellen, wie das bei den Angeln funktioniert, und ich muss mal sagen, Unser Verein ist da mega geil, meine Frau ist ja reingekommen im Fischereiverein, also ich finde eher, ich werde als Mann benachteiligt, weil die Kathi kriegt immer die geilsten Arbeitsdienste, alle sind so nett zu ihr, und der Tipp, ja komm, geh noch mal da ins Unterholz, schneid noch mal frei, aber das finde ich richtig gut, die fühlt sich wohl in dem Verein, und das ist halt wichtig, auch wenn ihr Vereinsarbeiten macht da draußen, behandelt die nicht irgendwie schlecht, seid dankbar, dass welche da sind, wir können uns über jede Anglerin, die da ist, können wir uns freuen, und wenn sie aus eurer Sicht irgendwas falsch macht, oder weil ihr denkt, was falsch macht, dann geht doch einfach hin und erklärt es hier, also die meisten, inklusive mir, machen Fehler nicht absichtlich, sondern, weil sie halt keine Ahnung haben, weil es ihnen keiner zeigt, und das ist halt schon was anderes, die meisten Jungs, kenne ich auch viele Geschichten, die sind halt mit ihren Opa, oder mit ihrem Papa zum Angeln gegangen, ich glaube die Mädels, die man fragt, die meisten, die ich kenne, die haben das nicht über den Opa, oder mit dem Papa gelernt, die haben irgendwann gesagt, habe ich mir einen Angelschein machen, ähnlich wie ich das gemacht habe, und gesagt, dann gehe ich halt in so einen Karkurs, und mache das halt eben schnell, also, von dem her, reitet die Augen offen, so, sehr schön, sehr schön, damit würden wir sagen, beenden wir, beenden wir heute, den Talk, mehr gibt es nicht, freut mich schon auf nächste Woche Sonntag, Alter, wird wieder geil, ich bin gespannt, wie es sich entwickelt, zweite Folge, ohne Witzseite, ihr könnt ja mal die Kommentare schreiben, wer gewinnt für euch die Gruppe, und danke für die ganzen super lieben Kommentare, auch aus den letzten Videos, das zeigt uns auf jeden Fall, dass wir damit weitermachen sollen, und ich sage, bleibt gesund, weil es im Wasser hat dickes Petri, das Allerwichtigste, und, törkelt mir das Abschlusswort, Kuss. Dank ein paar Fische, Leute, holt was raus, bis dann, ciao, ciao. Ciao.